So, dann... Okay, noch was? Egal. Also, Pokémon-Austausch, bitte mal. Dann, Waka, bitte rein holen. Ich glaub, das war das Rohr von Mumiki. Dann kriegst du ja hier, trinkst nichts. Dann komm ich mit meinem Schnee-Fooda, Fooda, Fooda, Fooda! Okay, dann eben Fooda Schnee, aber Matsch dort trinkt ja auch nicht mehr viel. So... Nein, Hello! Undcuuch. Du Jupiter noch. noch mal zu das Aber er bleibt, er muss weg wegen Arbeit. Hat irgendwas mit Geld zu tun, aber egal. Du bist hier nicht sicher. Kid. Genau. Da geht hier nochmal viel. Er hat nochmal viel Druckmann mit. Rumias. Ich bin nicht sicher, ich war ja effektiv. Ich bin mein, ich hatte mich effektiv, aber trotzdem. Oh, stimmt ja, ich kann ihn hier nicht auflassen. Das heißt, ich bin sowieso bezogen, anzugreifen. Bam. Und wenn sie mich nicht gleich mit einem Treffen umbringt. Ich hasse dich. Ich hasse, hasse, hasse dich. Danke, dass du meinen Druckmann einfach mal mit umbringst. Wo ist sie denn? Und Kawa-E ist tot. Wieder keine Erfahrungspunkte, ich hasse dich nur mal, Umiya. Die Personne kriegt die Gefähigkeit, wenn ich meins nächstes noch die Erfahrungspunkte verliegen kann, kriegen wir aber nein. Wer leben will. Der Acker wird es ja wohl noch schaffen, oder? Ja. Hat dran ist? Na, das ist meinetwegen. Eisbau... Schlecht. Schlecht, aber immer noch besser als dieses Bounce von mir. Okay. Soll ich die nächsten auch keine Probleme mehr darstellen? Schlecht! Das hab ich früher kommen können, wie zum Beispiel am Anfang. Da wird 30 für Barker, juhu! Eisbeam. 30 Uhr damit will ich. Ich rate mal das Eisstrahl. 95. 40. Ailey braucht es wohl täglich noch schlimmer. Jetzt ist es ein reines Eis-Torhut. Falls ich jetzt daneben gehen sollte, will ich auch gleich mal diesen Beam ausprobieren. Geht nicht daneben, passt auch so. Ich hab noch genug Möglichkeiten, um diese Fähigkeit später mal auszuprobieren. Okay, Grant ist auch... Der Typ ist auch wieder besiegt. Die haben glaube ich keinen an. Die heißen alle Pokémon-Rübler. Nicht nur ein Rocket-Rübler. Hey, du kamst, um mich zu retten? Danke. Aber ich kam hier auf meine freie Wille. Ich kam, um die Spirit der Mutter Illuna-Aza zu retten. Ich denke Illuna-Aza. Spirit has finally left us. Mama, das war doch nur ein normales Lunasa und kein edle Lunasa. I must thank you for your kind counselor. Follow me to my home. To who? At the foot of this tower. Good. Und gleich mal wieder raus und raus raus. Also hier ist der alte Mann und der gibt mir mal jetzt wisst du irgendwas. Iron Note? Mama, ich glaube der gab mir Dämmen. Die Flöte? Ja. Mit der man Relaxer früher wecken konnte. Jetzt wird halt ein anderes Pokémon, anderes Toho geweckt. Soll ich jetzt also jetzt den Fahrradweg nehmen oder unten oder lang? Fahrrad oder unten? Fahrrad oder unten? In beiden Fällen läuft es auf das gleiche hinaus. Dann habe ich fliegen. Pfff. 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 Äh. Weil, ja. Gut oben. Wir nehmen Fahrradweg. Pfff. 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 die schildkröte kommt mir so irgendwie bekannt vor genji zeig mal die schildkröte ich glaube die ist aus dem zweiten teil von tu also ich kenne sie auf jeden fall ich glaube die ist aus dem zweiten teil total ich glaube der eher etwas unbekannteren teile aber egal und der vitale greifen mit dir bestimmt dann den schnapp ich mir hier für er flug so waco rest api ist voll hat kein elf was für ein typ ist er gegen welchen typ hat das kein Das kann doch nur Fluch sein, da. Und dann wäre das wie ein Flug-Tuhu? Ja, das ist ein Flug-Tuhu. Das ist eingeschlafen. Das gefällt mir nicht. Genji hat eine Beere zum Wiederaufnahmen-Wachen benutzt. Okay. So komme ich hier nicht weiter. Dafür ist Frog einfach mit der Fähigkeit noch zu schwach. Aber ich habe ja noch etwas anderes, wo ich mich gegen Fluch-Tuhu angehen kann. Thunder Punch. Und jetzt stürzt du mal, bitteschön. Danke. Genji, come out down. Gave huge good. Okay, jetzt wieder zu den Bergen zurückkehrt unser kleiner Genji. Okay, du da bist. Remando Professor Ike. Ich habe 40. Ich glaube, ich habe keine 40, oder? 14. Ich habe gerade mal 14. Ja, ich bin voll mit Tuhu gefangen. Hö? Standen hier schon immer 4? Äh, okay. 6. Also in der alten Medischen standen wir eindeutig anders. Nina! Wenn ihr nun im Level nicht so weit oben seid, dann könnt ihr diesmal Kaori auch im Cover hier auch mithalten. Smile! Äh, einfach nur lächeln. Aber ich glaube, Pflanze tun. Ähm. Hm, Mekomiku hau ihr eins sowas von rein. Da. Da, 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 da. Ja, dein Make-up-Sauer bringt dir da auch nicht viel. Hm, mhm, mhm. Da, 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 da. Juhu! Level 8 bis 20? Wie, How are you? Hideo, dein Tina hat nicht viel gebracht in dem Kampf. Und wenn ich schon mal hier bin, dann hol ich mir eben gleich jeden Trainer rein. Ich brauch die Erfahrungspunkte. Wer weiß was noch hols auf mich zukommt. Noch nicht, Ina. Meinen Wegen. Da kann ich auch gleich mal was ausprobieren. Schlecht. Nicht vergiften, bitte nicht vergiften. Danke. Normal. Gut. Das scheint eine Art, ich hab mal Slimer zu sein. Auf jeden Fall kommt das mit der Säure bisher so rüber. Da passt allerdings das... Naja, egal. Es sind alles weiterhin eigenes Viecher und... Viecher, genau. Eisbeam! Okay, Eisstrahl. Na, was ich mir auch denken könnte, denn Beam heißt doch Eisstrahl. Be-beam heißt doch Strahlt. Und nämlich diese noch ein Gift to you. Oh, aber eine Waldentwicklung. Und dann, wenn ich das caske mich sein muss. Bis zum Ausguチャ gravit 내� тепern noch nicht kein bisschen. Ja, ich bin das Mirror. denchten Spiro 92 in mina water. Vielen Dank.